Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei 7 days to die. So, was ist neu? Mal gucken. Erstmal Beton holen. Die sind alle schön an Arbeit. Ich brauche einiges an Eisen. Da muss ich aber erstmal in Ruhe machen. Ich habe mir jetzt auch schon... Ach, ich habe gar kein Eisen mehr drin, sehe ich gerade. Ich tue jetzt ein bisschen Blei einschmelzen und Messing, damit ich mal mehr Panzerglas herstellen kann. Ah, was denn hier? Genau. Aber da haben wir alles... Ja, es fehlt halt Eisen. Gut. Und vor allem auch für Munition. So, ich habe mir hier auch schon die ganzen Sachen von oben runter geholt. Die verrottete Fleisch- und Nitratpulver. Und ich wollte da einen Dünger herstellen. Aber ich habe gesehen, ich habe überhaupt keinen Dreck. Dreck. Und deswegen... Jetzt ist dir kalt, herrlich. Okay. Gut. Ich habe keinen Dreck, deswegen... Ich muss jetzt lostigern und Dreck besorgen. Ja, während der Zeit... Ich habe mir hier auch eine Gefängnistür gebaut. Finde ich irgendwie richtig schick. Mir gefällt es. Und das andere Häuschen habe ich aufgegeben. Ich habe alles hier rüber getragen. Ich habe die Kisten abgebaut. Ich habe den Durchgang zugemacht. Und ja, dann können von mir aus da die ganzen Schläfer wieder... Ja, sein und hier... Ja, Revier benutzen. Ist mir egal. Ich muss da nicht mehr hin. Hehehe. So, und ich habe hier auch ein bisschen weiter gebaut. Guck mal. Guck mal. Ja, die Türen aufgewertet. Hier habe ich auch eine reingebaut. Komm, geh auf. Ach, ist auch schon Tag. Gar nicht mitgekriegt da unten. Ähm, ja. Hier habe ich schon ausgegraben, weil ich dann praktisch mein Beet hin haben möchte. Und ich dachte mir, für den Rand wäre das vielleicht ganz schick. Dann habe ich mir Holzklotzen hergestellt und dann in der Mitte ein bisschen was mit Fackeln. Und jetzt muss hier praktisch überall Grasboden rein. Und ich habe da hinten auch schon Bäumchen angepflanzt. Mal gucken, ob die hier schön wachsen. Guck mal, mein Wäldchen habe ich auch komplett, äh, ja, vernichtet da drüben bei dem kleinen Häuschen. Und ich denke, ich werde hier oder da hinten dann wieder ein neues bauen. So. Ich wusste ja nicht genau, was ich hier links in die Ecke baue. Und guck mal, was ich da gemacht habe. Waffenkammer und Munition hinter meiner Gefängnistür. Ah, schön. Ich habe mir hier auch eine Werkbank extra hergebaut. Dann kann ich nämlich hier direkt die Sachen rausnehmen. Ja, so wie hier zum Beispiel. Halt, falsche Kiste. Hier kombinieren. Und dann muss ich die nicht immer mit Aroben schleppen. Und ja, dann geht das alles einfacher und schneller hier oben. Da habe ich jetzt ein bisschen versucht zu sortieren. Die Sachen, was ich eher weniger benutze. Die Sachen, was ich dann gerne benutze. Und hier in die Mitte, ich weiß auch nicht warum. In der Mitte halt einfach. Da habe ich die ganzen Waffen rein, die momentan schon fertig sind. Die muss ich nur noch auseinander bauen und aufwerten. Aber das mache ich nicht jetzt. Ich habe auch schon beim Händler hier eine coole Waffenkiste gefunden. Habe ich dann auch direkt gekauft. Und ja, da kommen meine ganzen Dinger rein. Und hier habe ich halt so die Sachen, wo ich dann zur Munitionherstellung brauche. Und zum Reparieren kann ich dann nämlich auch alles gleich hier in der Werkbank machen. Gut, dann gucken wir doch mal nach oben. An der Brücke habe ich nämlich auch schon angefangen mit Panzerglas. Komm, geh runter. Genau. Aber es ist halt, ich brauche viel, viel Material. Und ich bin noch nicht weit gekommen. Genau. Aber so habe ich das vor. Ich hoffe, dass mir das dann auch nicht zusammenkracht. Vielleicht muss ich hier in der Mitte nochmal Betonklotzen reintun. oder alles glas. Ich weiß es nicht. Ich muss es mal ausprobieren. Aber es sieht dann bestimmt cool aus. Genau. So, was habe ich denn noch Neues? Es sind ja doch ein paar Tage vergangen, wo ich gespielt... Ach ja. Ich war in der Westernstadt. Und wisst ihr, was ich da gefunden habe? Endlich. Guck mal. Ist das nicht schön? Ich habe endlich ein Minibike. Ich weiß zwar nicht 350 am... Was, ich skillen muss, damit das höher kommt? Weil ich dachte, das ist dann unter Wissenschaft vielleicht. Aber da wäre es dann schon... Nee, Quatsch, stimmt. Dann ist es doch Wissenschaft. Das ist ja dann erst der nächste Rang, glaube ich. Ach, ich bin verwirrt. Ich glaube schon. Doch, dann passt's. Da muss ich Wissenschaft hochdrücken damit. Damit mein Minibike noch besser wird. Aber auf jeden Fall ist der Weg in den Norden jetzt dann nicht so schlimm. So. Ja, auch hier habe ich eine Türe reingebaut. Ich... Nein. Ruhe. Aber ich habe gar kein Scharfschützengewehr. Bist du tot? Ich hoffe. Einfach zur Sicherheit. So. Gut. Dann wieder nach oben. Wo war ich? Ähm... Ja. Hier wollte ich keine Tür, weil... Ja. Brauche ich nicht. So viele Türen. Ich hoffe, dass die Zombies eh nicht hier hochkommen. So. So. Hier habe ich mir einen kleinen Mantel so gebaut. Da sind alles Sachen drin, wo ich dann verkaufen möchte. Das Geld praktisch. Und... ganzen Quests. Und meine Küche. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon gezeigt. Ich glaube, da war ich noch nicht so weit. Auf jeden Fall, ich wollte hier dann... Also hier habe ich ein ganz Dosenfutter. Hier wollte ich die ganzen Blümchen und Früchte drin haben. Hier die ganzen Arznei-Sachen. Kann ich nicht? Ich habe doch schon mal was geloot. Ach ja, hier. Mein... Ja, Arbeitsbereich hier hinten. Werkbank. Ich weiß noch nicht, ob mir das hier so gefällt. Aber... Hier dachte ich dann so die ganzen Sachen für einen Alchitisch. Hier. Keine Ahnung. Irgendwas reinpacken. Genau. Hier habe ich ganz ein Rohmaterial. Kann ich das auch gleich reinpacken. Ja. Und das kann man auch wegpacken erstmal. Und... Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Menschenkram. Elektrokram. Leer. Ich habe hier Pinsel. Irgendwo hatte ich doch noch Farbe. Es war zwar nicht viel, aber... Ich glaube für ein, zwei Schränke reicht's. Hm. Habe ich doch keine Farbe? Hm. Ich war der Meinung, ich hatte welche. Ach mein Gott, hier. Blümfisch. So. Ich habe mir nämlich dann gedacht, dass ich hier keine Lagerkiste hinbaue. Und auch nicht die Türendinger verhunze. Dachte ich mir. Ich mache... Zwei. Und was hier ganz gut ist, ähm... Das habe ich gesehen, das gibt es anscheinend nur im Kreativmodus. Oder nur zu Experimental. Ich weiß es nicht, weil da habe ich ja kreativ gespielt. Da konnte man auch den kompletten Block bemalen. Hier geht das aber jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es rausgenommen haben oder ob das nur im Kreativmodus geht. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, weil ich möchte eigentlich auch nur... Hier. Das hier anpinseln. Dann weiß ich nämlich, okay, hier ist Ersthilfe-Kram. Und ich versau mir praktisch nicht die schöne Küchen-Montur. Dann haben wir hier... Dosenfutter. Oh, ich sehe, da kommen Horde. Dosenfutter. Dass ich mir das praktisch so mache. Und mach doch nicht alles kaputt hier offen. Dosenfutter. Oh nein. Amgen, das ist toll. Come hier zum Aufs Mix-D500-Sper here. Nur diese Gerают DASS-D5-Spercher zu stoßen. Na, kommt da jetzt doch? Ne, ihr sterbt schon. Das ist gut. Ich liebe die Stacheln. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die machen echt die ganze Arbeit. Das ist herrlich. Ich glaube, die loot dich besser von innen. Oder? Na, wohl geht. Komm auch ganz gut hin. Komm, gib mir. War hier nicht noch gerade einer? Hm, keine Ahnung. Oh, da hinten liegt ja auch noch was. Da räumen wir mal schon auf. Oh, kein Eisen dabei. Gut. Kannst du Fleisch mitnehmen und aufheben. Wir bauen Dünger. Aber dazu, wie gesagt, erstmal ganz viel Dreck besitzen. Also, das ist halt dann der Nachteil, wenn man in der Wüste baut. Man gräbt und kriegt nur Steine und Sand, was ja eigentlich gut ist, aber der ganze Dreck fehlt. So, schön. Ja, auch hier sieht man es auch von außen. Oben habe ich auch schon den oberen Bereich angefangen. Das wird aber dann, ja, nur ein kleines Schlafzimmer, habe ich mir gedacht. Weil unten habe ich doch ziemlich was beisammen und da habe ich noch genug Platz, um ein kleines Wohnzimmer zu bauen. Und das reicht dann. So, aufmachen. Schneller, schneller. So. Genau. Da waren wir. Und da sind jetzt Blümchen drin. Gibt es irgendwas wie Blümchen? Hm, das wäre Deko. Ich könnte so Grasbogen nehmen. Oder einfach grün für Blümchen. Naja, keine Ahnung. Doch, komm, das machen wir einfach grün. Da ist Gemüse drin. Gut, hier brauche ich nicht unbedingt... Hier habe ich mir für Trinken gebastelt. Hier für mein Futter. Ah, Dosenfutter. Können wir auch gleich reinpacken. Hier habe ich gedacht, alles für den Garten. Ja, und hier weiß ich dann eben auch noch nicht so richtig, wie ich das markieren möchte. Ob ich überall dieses Supply-Ding hinmache. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht nicht. Obwohl, hier kommt der Explosivzeug rein. Das weiß ich sicher. Sehr schön. Weiß ich. Hier und hier hat es für einen Alchitisch. Das ist schon heftig, was ich hier in der Wüste an Ölschiefer gekriegt habe. Und die eine Nitratader da in diesem zerstörten Gebiet, wo ich meine Miene habe, ist schon ziemlich viel. Aber das brauchen wir auch, wenn ich dann den ganzen Dünger herstellen möchte. Gut, dann tun wir die Farbe mal wieder weg. Tue ich mal einen Pinsel dazu. Was können wir hier noch... Egal, ich haue jetzt einfach mal in meine Kiste. Ich brauche Klappe. Die bauen wir nicht mehr. Ich könnte mir mal wieder einen Bogen herstellen, sehe ich gerade. Ich habe nämlich durch das ganze Bauen, habe ich einfach alles hier reingeworfen, glaube ich. Ja. Ja. Und meine Schotflinte. Das hier, ein bisschen Munition. Oh, da habe ich ja noch... Ich wollte mir nämlich einen neuen Knüppel herstellen und einen Bogen herstellen. Genau. Noch irgendwas, was ich brauche? Nein. Der Bogen. Ja, komm, ich mache mal einen anderen Bogen. Jetzt brauche ich davon was und ein paar Steine. Einmal und einmal Bogen. So viel Futter muss ich auch nicht mitnehmen. Tun wir mal auch hier weg. Ach, das ist schon eins. Ach, ne, ich habe ja fünf. Das reicht ja. So. Tabletten. Ist schon lustig. Obwohl ich die immer wegschmeiße in einem, wenn ich loote oder so, die eigentlich nie mitnehmen, habe ich trotzdem verdammt viele. Also, irgendwie lustig. Gut. Was brauche ich noch? Den da, ziehen wir mal an. Das ziehen wir aus. Werde ich jetzt nicht brauchen. Ich nehme, glaube ich, aber lieber meinen Mantel mit. Falls es der Guten wieder zu kalt wird. So. Lassen wir den da. Muss ich was bauen? Keine Ahnung. Schaufel werde ich nicht brauchen. Das ist, um was reinzuschlagen. Reparieren wir mal noch schnell. Auch ernsthaft? Schon wieder? Aber nicht Rezepte. Stopp. Reparieren. Reparieren. So. Ach, die sind ja schon 500 mittlerweile. Stimmt, ich habe ja ausgescaled. Ah, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Für Scharfschützen-Ding habe ich gar keine Munition und lasse ich die mal da. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir uns da mal auf den Weg in den Norden. Ja, und jetzt habe ich die Schaufel weggetan. Natürlich, ich brauche Dreck. Also brauche ich wohl eine Schaufel. So. Komm, schnell noch reparieren. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber das ist halt irgendwie den Gedanken überall und irgendwo. So, Eisen lassen wir hier. Ach ja, den habe ich dann... Ja, ja, das ist alles. Gut, noch schnell futtern und dann würde ich sagen, los geht's. Ich baue auch Blümchen. Ich muss... Oder ich möchte Farbe herstellen am Ende. Und natürlich bauen wir die Blümchen auch, um irgendwas anpflanzen zu können. Sonst haben wir ein schönes Beet und nichts, das da aufwächst. Ah, was macht ihr kaputt da unten? Ist doch eine ganze Worte wieder. Und Tag 70. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, hier waren anscheinend ein paar. Ah, Minibike. Ich finde es klasse. Sieht doch super aus. So, dann geht's mal los. Ich würde sagen, einfach egal wohin, Hauptsache nach Norden. Einfach mal der Straße folgen. Und gucken, wo wir hinkommen. Hauptsache, es ist grün. Es hat Christian Themen, Goldrote und ganz viel Dreck für uns. Doch mal auf die Karte gucken. Ja. Fahre ich doch einfach. Ja, mache ich. Ich war einfach hier zu selten in dem Eck. Da kenne ich mich noch nicht so aus mit den Straßen. Wohin? Mit Straße ist es jetzt auch ein bisschen ungewohnt. Ich bin immer hier über die Hügel gelatscht in die Westernstadt. Und ja, ich finde es gut. Zwei Bücherläden und es hat sich ja letztendlich doch gelohnt. Und hier, nee, warte. Na, dann war es im vorderen. Beim vorderen Bücherladen war mein Minibike drin. Oh, geht so viel schneller. Es ist schön. Ich glaube, hier gibt es auch Dreck, aber ich finde die Gegend nicht schön. Deswegen, ich will ins Grüne. Ich will Blümchen und ich will Dreck. Aber nicht hier. Hier ist mir zu neblig. Das mag ich nicht. Da die ganzen... Ja, ist es Trailerpark. Könnte man auch mal reingehen und looten. Wenn die Mainbasis dann mal feste steht und alles passt und fertig ist, dann kann ich mich mehr auf Lupen konzentrieren und die ganze Welt hier erkunden. So. Die hier ist doch schon Blümchen. Die nehme ich jetzt auch mal direkt mit. Alles mitnehmen. Naja, Schneebären nicht. Ich will nur das andere. Ich glaube, Chrysanthien gibt es nur in dem richtig grünen Gebiet. Das ist ja eher so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Also kurz vorm Schneegebiet. Ja, aber wenigstens schon mal ein bisschen mitnehmen. Wenn wir dann anpflanzen, dann kriegen wir da eh mehr mit der Zeit. Wenigstens schon mal so einen Anfang mitnehmen. Soll ich hier gleich schon mal graben? Komm, einfach hier. Zack. Dreck. Jawohl. Wir wollen Dreck. Ganz viel. Schade, dass man nicht pro Schaufelsprung so 50 Stück bekommt wie bei Lehm. Ich glaube, Lehm ist somit das schnellste, wo man zusammenbekommt. Und am einfachsten. Na dann Schwein. Hallo, Schwein. Ich dachte, ich hätte eins gehört. Hm. Jetzt ruiniere ich die schöne Landschaft. Aber ich brauche das Zeug hier. Ich habe ein wenig hier in der Gegend. Ist ziemlich am Rand der Karte. Zu Stax wahrscheinlich auch niemanden. Mal kurz gucken, aber... Ich sehe, ob da kein Schwein... Doch, da unten ist ein Schwein, oder? Ist das... Ist das das Schwein? Ja! Nehme mal mit. Oder auch nicht. Falls ich treffe. Ich finde es so gut, dass die nicht abhauen. Schon tausend Dreck beisammen. Ist auch nicht schlecht. Hm, hinterlasst dir gar kein Kadaver mehr. So ein Knochending. Okay. Ah, da. Hm, schade. Ich dachte, da wären Eier drin, hätte man sich dann gleich zu Hause was Tolles gucken können. Aber waren nur Federn. Hm. Find ich jetzt, glaube ich, nicht so scharf drauf. So ein Bogen finde ich jetzt so, gerade so für Schweinchen töten oder so, eigentlich ganz gut. Weil mit Steinen, Holz und Federn ist die Munition mehr oder weniger doch schneller und besser und billiger gemacht, denke ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt sofort schon alles mit Patronen fortballern. Die würde ich mir dann doch lieber für, ja, Horde-Nächte und so aufheben. Oder für große Touren. Wenn man Looten geht. Ich muss noch ein bisschen, ja, wenigstens ein paar Chrysanthemen mitnehmen. Damit wir anfangen können, Blümchen zu züchten. Ich sehe schon, das reicht hinten und vorne nicht hier am Dreck, was wir zusammenbekommen. Schade. Da muss ich noch ein paar Mal gehen. Und buddeln. Aber wir haben ein Mini-Bike, deswegen wird es diesmal viel besser. Ja, juhu. Ich finde es toll. Müssen wir eben noch ein bisschen Wissenschaft hochdrücken. Dann kann ich mir das auch noch ein bisschen besser machen. Und, ja, Motor habe ich hier mittlerweile einen guten bekommen. Dadurch, dass ich so lange gerüfft und schon gesammelt hatte. Hatte ich da schon einen blauen, glaube ich, habe ich jetzt drin. Ich glaube, das ist die. Die Linke. Wie viel haben wir denn? 3.000. Hm. Ein kleines bisschen, ein bisschen mehr. Möchtest du jetzt doch Ärger machen, ja? Na, dann komm her. So. Erledigt. Na, ich wusste das. Bitteschön. Grasbaum, wie viel können wir denn... Oh, doch anhangen ist ein Schwung. Das so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich dachte irgendwie, man braucht viel mehr pro Dingens acht Stück. War das nicht mal zwölf, oder? Keine Ahnung. Ich war irgendwie der Meinung, ich war irgendwie der Meinung, dass ich bräuchte viel mehr. Na gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Denn derzeit können wir schon mal Grasboden herstellen für unser Beet zu Hause. Ich brauche trotzdem noch ein paar Grasboden herstellen. Baumwolle habe ich eigentlich auch schon einen ganzen Schwung zu Hause, weil ich habe Schraubfedern gebraucht und habe mit dem Schraubschlüssel die ganzen Betten zerstört, was ich so gefunden habe. Und, ja, in der Westenstatt können wir jetzt zwar nirgends mehr schlafen, aber ich habe da die ganze Baumwolle und die ganzen Federn bekommen. Also die Schwungfedern. Aufgrund für die ganzen Tresore und Waffen, ähm, ja, Waffenschränke habe ich ja die Sachen gebraucht. So, dann würde ich sagen, 18 Uhr, gehen wir mal Richtung Munibike und dann gucken wir, dass wir noch ein paar Grasboden hinbekommen. Das ist aber halt weg von so aus. So, jetzt gucken wir mal hier noch schnell oder noch Federn, okay. Aber ich finde es so gut, dass man das Minibike jetzt auf der Karte sieht. So, fahr mal dann hin. Ich glaube, ein bisschen nach links einfach. Fahre einfach querbeet mal. Oder ist da hinten ein grüner? Nee. Da kommt Schnee. Richtung Farm. Können wir auch noch ein bisschen Mais mitnehmen vielleicht. Ist das die Stadt schon? Oder die Tankstelle? Oder ist die Tankstelle? Nicht so weit. Da ist die Stadt. Ha, komm. Ein blöden Stein vorbei hier. Und dann müsste doch gleich dann die Farm kommen und Chrysanthene haben wir. Ich hoffe. Rote Blümchen. Zeitlich aber doch. Ein bisschen knapp jetzt. Chrysanthene. Ja. Wenigstens ein paar. Die sind halt immer nur so vereinzelt und nicht so schön auf dem Haufen. Aber ein paar findet man. So, ein bisschen Mais im Hauch. Sieben. Zuhause habe ich glaube auch noch zwei. Das ist schon mal ein Anfang. Würde ich sagen, auf nach Hause. Und ja. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Will ich so direkt durch die Stadt? Ich weiß nicht. Nee, nicht wirklich. Ach, einfach querfelder entfahren. Irgendwie Richtung Bettchen. Und dann werden wir schon zuhause ankommen. Ich glaube, das ist die Stadt. Ach, da sind Zettler. Cool. Ah, die Straße dahinter müsste doch durch die Westernstadt führen da, oder? Ja, ich glaube, das... Ja, oder? Ja. Ah, noch eine dahinter. Fahren wir da hin. Also noch nicht Feuer fangen, am besten auf der Straße bleiben. Und dann laufen nach Hause. Aber ich bin so glücklich mit dem Minibike jetzt. Da kann man sich halt doch mal schnell irgendwo hin. Und schnell wieder nach Hause. Ach, schön schön. Hier hat man halt schon ziemlich viel hier. Waffenladen, Bücher, Workshop. Richtig schön, die Stadt. Das Hotel müsste ich auch mal plündern da hinten. Aber es ist halt irgendwie... Umso größer die Gebäude, umso mehr Schiss habe ich davor. Ich weiß auch nicht. Können halt umso mehr Schläfer drin sitzen. Und ja, die haben es halt schon so in sich. Das ist gemein. Wir haben Schweinchen. So schön Fleisch. Ich bin zufrieden. Ein kurzer Ausflug. Passt. Dann erstmal wieder einen Mantel ausziehen. Kann ich mal gucken. Da was Schönes drin ist. Oh, meinst du ein Kaffee. Dankeschön. Wie gesagt, ich habe auch schon einiges an Pflänzchen und so hier, weil die Zombie und die ganzen Bordenden, die haben mir ja doch schon einiges mitgebracht. Ich dachte, da wäre noch einer. Ja, aber der eine oder andere Zombie, der hat mir richtig schöne Sachen schon gebracht hierher. Frei Haus geliefert. Und ich mag das Waffenkamera mit dieser schönen Gefängnistüre. Ich finde es toll. Ich dachte ja erst, die brauchen Strom. Aber dem ist nicht so. Schon wieder ein Schreihals. Bist du gestorben ohne zu schreien? Ja? Sehr schön. Ah ne, ich glaube, die hat... Ach komm. Dann kommt man gerannt, ja. Ist gerechnet die Ecke, wo noch nicht alles falsch war. Alles. Ich glaube, das ist ein Schreihals. Oh nein. Oh nein. Und immer schön lücken gleich. Ah, das ist meine Tischler hier. Aber ich will halt, wie gesagt, keine Munizierung verschwenden. Ich glaube, das war es sogar schon. Aber das haben die Stacheln erledigt. Also mal reparieren dann später wieder. Ja, mit Eisen mal hier reparieren und auch mal gucken, dass ich das alles aufwerten kann auf Stahl. Na, nicht da drauf hab. Und am Kopf. So. Jetzt aber mal Ruhe. Okay, ich glaube, ich brauche aber doch mehr als 150. Ist doch eine große Fläche. Und... Na gut. Na gut. Na mal schauen. Erstmal hier. Schön verteilen. Dann bearbeiten. Ich hoffe, in der Zeit, dass ich dann auch Dünger herstellen kann. Da braucht ihr auch so seine halbe Ewigkeit. Und dann können wir Hand pflanzen. Und sonst zur Not einfach wieder Lust tigern und mehr Erde holen. Ich brauche alles nicht. Trink mal einen Schluck. Ach ne, ich brauche das Licht. Ja, wohl. Ja, bitte auch. Obwohl es schon ein bisschen sehr dunkel ist. Ah, sowas besser. So, jetzt verteile ich die noch schnell und dann... Wollte ich ja noch schnell oben zeigen. Aber da bin ich, wie gesagt, noch nicht fertig. Man sieht nur das Gerüst sozusagen vom Schlafzimmer. Gut, das war's. Ja, aber ich denke, es gibt doch ein ganz gutes Beet. Dann kann man hier schon alles umpflanzen. Geh mal hier hoch. Hier habe ich mir eine Säule hingebaut, weil ich bin hier immer irgendwie runtergefallen. Und habe mir dann auch mal das Beinklopp verstaucht oder so. Und dachte ich mir, ich brauche lieber was hin. So. Hier dachte ich dann, mache ich ein Schlafzimmer. Nein, hier mache ich dann wie so ein Wohnzimmer. Vielleicht ein Fernseher hier hinklatschen. Hier kann man auch so ein bisschen Deko rumstellen. Tisch und Stühle. Und mein Schlafsack habe ich eben auch schon hierher geholt, weil das Häuschen da hinten habe ich, wie gesagt, komplett aufgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich hier einfach noch ein Zimmer mit, ja, Dachterrasse hier draußen. Hier habe ich nämlich auch schön mit Fenster. Da will ich dann auch dieses Panzerglas reinhaben. Und dann kann ich hier nämlich mein Bettchen hinstellen. Und, ja. Ich denke, das wird ganz, ganz hübsch. Ach ja, schon wieder warm. Dann, dann, wo sind wir? Hier drüben? Ja. Ich würde ihn anziehen. Der ist wieder aufgeräumt. Perfekt. So, Blümchen hier hin. Genau, hier sieht man, ich habe schon 100 Stück. Und, ja, hier auch schon ein paar Blaubeeren, Jucca. Aber das brauche ich ja eigentlich weniger jetzt. Kaffee brauche ich, glaube ich, gar nicht. Aber die Zombies haben ja schon ein bisschen was gebracht. Gut. Ja, genau. Ich würde aber sagen, ich will jetzt noch ein bisschen Grasboden herstellen. Da unten ist schon wieder irgendwas. Und, dann mache ich das Bett fertig. Ich gucke, dass ich ein bisschen Dünger herstellen kann. Und, dann gucken wir mal, ob in der nächsten Folge, ob ich da dann schon was ernten kann. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.